Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um diese wunderbaren Wörterchen hier. Und zwar, wenn ihr Vererbung macht, dann habt ihr hier die Möglichkeit entweder Public, Protected oder Private hinzuschreiben. Und ich möchte euch heute kurz erklären, für was die einzelnen Dinger sind. So, jetzt würde wahrscheinlich ein Intro kommen, aber ich habe keins und das soll auch so bleiben, denn ich finde die Dinger mega nervig. Egal. Auf jeden Fall, Public bedeutet folgendes. Also, wir machen zuerst mal Public. Und zwar, wenn ich jetzt hier noch Protected, zum Beispiel eine VoidFoo. Und diese VoidFoo, die macht eigentlich nicht viel, sondern einfach nur irgendwas ausgeben. Die gibt nur Foo aus, genau. So, und dann haben wir noch eine Private. Auch eine Funktion, die nennen wir Buds. Das sind so die üblichen Funktionen, glaube ich. See out einfach. So, da gehen wir Buds aus. Okay, ich bin heute sehr einfallslos. Tut mir furchtbar leid. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier drei verschiedene Zugriffsmodifikatoren. So, wichtig ist folgendes. Bei Vererbung, ich habe jetzt hier gesagt, jeder Hund ist ein Tier. Hier, so, jetzt habe ich ein Problem, denn ich darf, Public Methoden darf ich natürlich aufrufen. Das ist kein Problem. Ich kann hier, wie macht das Tier, kann ich wunderbar aufrufen. Hatten wir im letzten Video gesehen. Aber, wenn ich jetzt hier anfange mit Foo, Foo kann ich, ähm, ja, Foo kann ich so schon nicht mehr aufrufen, weil ich hier unten irgendwas gemacht habe. Das ist das Problem. Das heißt, ich brauche jetzt hier einfach mal eine neue Methode und zwar eine, ups, eine Void-Test. Wir nennen sie jetzt einfach mal Test. Das ist eine Funktion, ähm, die ist Public, die kann ich also von überall aufrufen. Und was die jetzt macht, ist, die macht einfach quasi, äh, das, was ich euch zeigen möchte für mich. Ähm, und zwar, bei Public Methoden sieht es so aus. Ich kann diese Funktionen, die Public sind, kann ich überall aufrufen. Das ist absolut kein Problem. So, bei Protected Methoden bin ich schon ein bisschen, ähm, ja, habe ich meine Limits. Und zwar kann ich diese Methoden, die Protected sind, nur innerhalb der Klasse aufrufen. Also hier drin, zum Beispiel in der BATS, in der Foo oder in der Wie macht das Tier. In diesen drei Fällen, also hier quasi in der Klasse Tier, kann ich ohne Probleme meine Foo-Methode aufrufen. Das ist kein Problem. Aber ich darf sie nicht außerhalb von meinem, äh, von meiner Klasse aufrufen. Jetzt ist aber noch ein kleiner Unterschied zu Private und zwar meine Protected Funktionen oder Methoden, die darf ich in meinen abgeleiteten Klassen, also in meinen Unterklassen, zum Beispiel Hund, die Klassen, die von Tier erben, die dürfen diese Methode aufrufen. Das heißt, wenn ich hier jetzt Foo aufrufe, ähm, und hier unten rufe ich einfach Test auf, dann habe ich sozusagen einfach diese Protected Funktion umgangen. Weil ich habe ja im Prinzip nichts weiter gemacht, als hier Foo aufzurufen, naja, das darf ich ja. Es ist ja eine Protected Methode und ich rufe sie innerhalb einer abgeleiteten Klasse auf. Das heißt, das ist völlig in Ordnung, aber meine Testmethode, die ist Public und die kann ich von überall aufrufen. Das heißt, ich habe im Prinzip so ein bisschen dieses Protected hier umgangen, ähm, was natürlich teilweise ein bisschen, naja, sollte man vorsichtig mit umgehen, aber ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt kommen wir zur Butts. Jetzt haben wir natürlich nochmal eine Einschränkung mehr. Ja, also die hier kann ich nur innerhalb meiner Klasse und in allen abgeleiteten Klassen aufrufen, aber, ähm, diese Butts-Methode, die kann ich nirgends aufrufen, außer innerhalb meiner Tierklasse. Das heißt, ich kann Butts aufrufen in der Foo-Methode, in der Wie-macht-das-Tier-Methode und natürlich in der Butts-Methode selber kann ich sie auch rekursiv aufrufen. Das ist aber auch schon alles. Wenn ich hier unten mit meinem Test versuche, die Butts aufzurufen, dann steht hier, märp, märp, ich habe keinen Zugriff da drauf, denn Butts ist private. So, ähm, und das ist jetzt bei Public-Vererbung gewesen. Das heißt, ich habe jetzt hier gesagt, okay, ich möchte Public vererben. Public bedeutet, also wenn ich Public-Vererbung betreibe, bedeutet das, alle Methoden werden so übernommen mit ihren Zugriffsmodifikatoren, wie sie auch in der Parent-Klasse waren. Das bedeutet, alle Public-Methoden werden in meiner Hund-Klasse, die ja dann auch alle Methoden von der Tierklasse bekommt, auch Public. Das heißt, die Wie-macht-das-Tier-Methode ist in meiner Hund-Klasse Public, weil sie da oben auch schon Public war und ich hier Public-Vererbung hatte. Okay, die Protected-Funktionen bzw. Methoden, die werden auch wieder Public, äh, werden nicht Public, die werden auch wieder Protected hier unten. Das heißt, mein Foo ist wieder Protected hier unten in meiner Hund-Klasse. Und die Butts, naja, auf die habe ich eh nie ein Zugriffsrecht, das heißt, die bleibt einfach Butts. Das ist halt einfach so. Okay, so, jetzt habe ich aber nicht nur, ähm, Public-Vererbung, sondern ich habe auch Protected- und Private-Vererbung. Protected-Vererbung ist sozusagen wieder mal das Zwischenstück, ähm, das macht so ein Mix da draus. Und zwar, wenn ich, also die Private-Methoden, die kann ich ja sowieso nicht richtig erben, ich darf sie ja nicht aufrufen, das heißt, das ist für mich irrelevant, ob ich die jetzt geerbt habe oder nicht. Ähm, aber wenn ich eine Protected-Methode habe, dann bleibt die Protected in meiner abgeleiteten Klasse, das heißt, meine Foo-Methode ist Protected hier drin. Und das bedeutet, ich darf sie hier drin aufrufen, also ich kann jetzt hier die Test aufrufen, die wiederum die Foo-Methode aufruft, das geht. Die gibt mir einfach Foo auf und ich darf auch die Wie-Macht-Das-Tier aufrufen hier drin. Einfach so ganz normal, denn, ähm, ja, die sind ja beide jetzt, nachdem ich hier Protected eingefügt habe, sind beide Methoden hier Protected. Was es aber bedeutet ist, wenn ich jetzt hier Ace.Wie-Macht-Das-Tier aufrufen möchte, kriege ich einen Fehler, denn es ist nicht zu, ja, ich habe keine Zugriffsrechte sozusagen. Woran liegt das? Alle Public-Methoden aus der Parent-Klasse werden beim Vererben auf Protected umgeschrieben, wenn ich hier Protected eintrage. Das heißt, es gibt keine, ähm, Public-Methoden mehr, die ich erben kann. Also alles, was Public war, wird Protected in meiner Kind-Klasse sozusagen, also in meiner Hund-Klasse wird alles Protected. Ähm, und alles, was vorher Protected war, bleibt Protected. Gut, das ist im Prinzip die ganze Magie dahinter. So, jetzt gibt es noch eine krassere Stufe und das ist die letzte Stufe, die ich euch heute antue. Es gibt auch keine mehr, keine Sorge. Es gibt aber noch genug, was ihr zur Vererbung wissen müsst. Gut, okay, ähm, naja, die letzte Stufe ist Private, wer hätte es gedacht? Und Private Ryan meint, er möchte nicht aufgerufen werden. Nein, ähm, ähm, wenn ich das so schreibe, also Private-Methoden hier, das hat mit denen gar nichts zu tun. Die werden sowieso nicht vererbt, weil ich die eh nicht aufrufen darf in meiner Hund-Klasse. Aber, ich darf hier in meiner, ähm, Hund-Klasse theoretisch die Wie-Macht-Das-Tier und die Fu-Methode aufrufen. So, und was jetzt der Unterschied zu Protected ist, die beiden werden, statt dass sie Protected werden, werden Private in meiner Klasse. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Klasse Dalmatina hätte und die erbt Public von dieser, äh, von dieser Klasse Hund. Wir können uns gerade mal eine schreiben, ähm, Klaas Dalmatina. So, die erbt Public, das heißt, sie bekommt alles, so wie es in dieser Parent-Klasse auch ist, mit. Ähm, Klaas Dalmatina erbt Public von der Klasse Hund. So, und was ich jetzt mache, ist einfach gar nichts. Ich sag hier drin, okay, es ist einfach alles leer. Ähm, ich mach hier mal ein bisschen leer rein, damit ihr das auch super sehen könnt. So, und jetzt erstelle ich mir hier einfach mal ein Dalmatina. Und rufe hier drauf, die Wie-Macht-Das-Tier-Methode auf. Dann hab ich schon mal ein Problem, weil dann darf ich das nicht mehr. Äh, ja, erstens mal, weil ich schon wieder das Semikolon vergessen hab. Und zweitens, hier steht's, ähm, wahrscheinlich seht ihr das nicht mal, ich hab keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, ähm, darf ich das nicht mehr aufrufen, weil alle Methoden, die ich aus der Tierklasse geerbt hab, also diese Public und Protected-Methoden, die werden umgeschrieben auf Private. Das heißt, hier drin sind sie jetzt Private. Das heißt, wir haben keine Public Void, wie macht das Tier, und keine Protected Void Foo, sondern wir haben eine Private Void, wie macht das Tier, und eine Private Void Foo. So, und wenn ich aber dann nochmal von dieser Klasse erbe, dann fallen die weg, denn Private darf ich ja nur innerhalb meiner Klasse aufrufen, nicht mal in Unterklassen. Das geht nur mit Protected oder mit Public. Das heißt, diese Methoden fallen beim zweiten Vererben komplett unter den Haufen. Das heißt, die sind weg. Ja, ähm, das sind im Prinzip die drei Arten, wie ihr erben könnt, wenn ihr euch nicht sicher seid, oder das Ganze zu verwirrend fandet, TLDR oder Too Long The Listen oder sowas, keine Ahnung. Nehmt einfach die Public Vererbung, dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Dann könnt ihr zumindest alles weiterhin so benutzen, wie ihr es wolltet. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Ciao!